Ja nun, wo steht denn da die Valentina? Ist sie etwa auf dem Mann? Auf irgendeiner Struktur? Hallo Valentina, grüße dich. Na, alles gut mit dir? Ja, alles gut, da ist sie auch am Lachen und sie steht auf einem Monument, hier auf dem Mann. Dort hinten, wo die Hitzesymbole sind, steht unser Länder und die nächsten zwei Folgen beschäftigen sich damit, wie wir... Oh, Valentina Dance, jawoll! So, also nochmal. Die nächsten zwei Folgen beschäftigen sich damit, wie wir den, oder wie ich den neuen Länderfilm angestalte, konstruiere, wie auch immer. Und wie wir hier in die Nähe dieses mysteriösen Signals kommen, zumindest in die Nähe, so gut wie es geht, Delta V-lastig. Das zeige ich euch in den nächsten zwei Folgen. Geplant um 16 Uhr der Raketenbau und um 18 Uhr dann die Mission hier zum mysteriösen Signal. Nur so kurz vorab, zu Info, das ist jetzt hier gerade der Letztest-Speicherstand. Ich werde, wenn es dann tatsächlich richtig, richtig live geht, also was heißt live, also wenn ich dann wieder komplett aufnehme, dann lade ich natürlich das alte Save. Und ja, bleibt kurz dran. Ich zeige euch, wie der neue Lander aussieht. Ganz kurz nur in der Aussicht. Und dann, wie gesagt, dann in zwei Folgen dann abgehandelt, diese Mission und der Raketenbau. Bis gleich! So, ganz kurz gezeigt, hier der, ja, neue Lander quasi. So sieht das ganze Teilchen aus, wenn es gelandet ist. Ich bringe das jetzt noch eben kurz, kurz zurück nach Kölben. Wir müssen mal ganz kurz gucken, ob das Ding auch landet, so wie es soll. Oder ob ich da noch ein paar Modifikationen vornehmen muss. Und dann zeige ich euch die, ganz kurz nur in der Übersicht, die Rakete, wie sie aussah. Bis gleich! So, im VAB in der Fahrzeugfabrik angekommen, eben ganz kurze Übersicht, wie die Rakete aussieht. Ich habe natürlich, naja, ich habe zu viel Delta-V bei der Landung verbraucht, deswegen kam ich nicht mehr zurück auf Kölben. Aber wie gesagt, wenn es live geht, dann alles oder nichts. Gut, okay, also Rakete ist ganz normal aufgebaut mit einer Kommandokapsel, mit einem Terrier-Triebwerk, mit vierfach Treibstoff und Terrier-Triebwerk. Und dann mein ganz normales Design, eben vierfach mit Zwiffel und den Kickbacks sind das, glaube ich, mit den Großen. Aber wie ich das ganze Ding hier zusammengezimmert habe, das wie gesagt. Dann in der nächsten Folge um 16 Uhr und dann um 18 Uhr die Mission zum Mann, um den Auftrag abzuschließen. Gut, dann würde ich sagen, ihr lieben Leute, dann sehen wir uns um 16 Uhr wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.